Gießt er an. Einmal in S, dann auf M. Es nützt aber auch nichts, die Dinger hier runter zu machen. Das Blendfolie ist ja im Prinzip genauso. Wenn das für dich in Ordnung ist, würde ich die hier machen. Ja, mach wie du willst. Also gehen Sie noch mal hin. Bis zum nächsten Mal. Wissen Sie ihn jetzt im Garten. Himself ist es wieder zurück. Wissen Sie ihn. Dann sehen Sie noch mal. gelb Flugplatz gelb Flugplatz, ja ok Alter, hier geht ja anständig vorwärts, leckt mich am Arsch weiter 2 2 1 2 2 2 2 2 3 Eigentlich soll man 50 fahren, bei Gelb, oder? Ich werde auch oft bei Gelb überholt. Aber das sind dann wirklich die Leute, die mit dem gelben Signal nichts anfangen können. Ja, ich fahre mich aber, was hier ist. Ist ja weil und weil nichts zu sehen. Keine Ahnung. Tendenziell ist mir aufgefallen, dass die grundsätzlich immer früher die Gelbfaser einleiten, vor dem Ort des Geschehens. Hier passiert jetzt nichts. Was eigentlich nicht. Was auch eigentlich gar nicht verkehrt ist, früher zu warnen. Ja, aber da muss ich schon burschgeckig sein. Ich fahre nochmal mit Warn linken. Ja, die erwartet wahrscheinlich schon noch und dann ruft, dass was kommt. Hier macht wieder Lichtzeichen. Das ist aber ganz seltsam jetzt. Das funktioniert ja wirklich top, das Auto. Für mich, mega. Ich bin echt total überrascht. Das heißt überrascht, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so gut funktioniert. Ja, was bei den Rädern aus der Werkstatt kommt, das ist halt auch kein Blödsinn. Ah, hier. Ja, ja. Okay. decimal Bigfoot spinn. Right here, jetzt weiß ich doch ganz viel drиях. Und da kommt es an die Leine. Daher. Es ist ein völlig sehr schönes vorallem. Und schaut bitte nach oben. Macht er das, was er war? Wenn die Reifen zu kalt sind, ja. Verhalten sich die T-Rezas bei den Temperaturen hier? Ist das noch okay? Weil es ist eigentlich ja noch gar nicht so kalt, ne? Ja, aber für die T-Rezas, die sind halt schwierig warm zu kriegen. Und die haben ihren optimalen Arbeitsbereich so bei 80, 85 Grad ungefähr. Ich habe sie jetzt hier vielleicht gerade auf 50 oder so gekriegt. Das ist auch krass, diese kleinen Dinger, ne? Unfassbar, wie schnell der ist. Ja, das ist echt. Da kommt das Gewicht auf der Bremse, ne? Ja, klar. Da merkst du halt jedes Kilo, ja. Aber die Traktion auf der Kurve raus ist in etwa... Wahnsinn. Alter, das ist echt beeindruckend, dass der hier für einen Cornerspeed an die Tag legt. Das ist schon top. Das ist gerade, weil das Auto von außen her auf den ersten Blick so unscheinbar ist. Ja, ja. Naja, aber das ist geil, da fahre ich eben drauf. Hier fängt jetzt die Sektion vom 3.18 IS an. Ab hier fängt es auch viel Spaß zu machen. Nein, das ist top. Und sehr routinierte Fahrweise, das ist natürlich auch sehr... Ich hab irgendwo gedacht, muss das ganze Gehälter geblieben sein, wenn ich hier versenkt hab, ne? Ja. Das ist der Abba, das abartig schnell ist, das ist hier vor Ort. Wie man durch eine etwas andere Linie direkt auf einen Schlag 50 Meter machen kann. Ja, auf jeden Fall, ne? Ja, auf jeden Fall, ne? Ist das für ein KW Competition dran, oder? Nein, ein KW Glücksport dreifach. Okay. Top. Ich glaube, jetzt fahren wir aber erstmal wieder raus, weil das macht jetzt keinen Sinn nochmal drauf zu fahren, weil zwei so lange Gelb fassen. Wir werden ja hoffentlich noch länger das Vergnügen haben, mein Lieber. Geh. Das ist schon mal drauf! Das war's auch so. Geh. ihnht wie gar nicht so. Geh. Ja. In der Ruhe. Die Ruhe. Die Ruhe. Geh. Geh. Das war's.